Daten von überall wiederherstellen? Das leistet Recoverit. Und das bei über 550 Dateiformaten, wie Bilderdokumente, Multimedia, E-Mails, Archive und vieles mehr. Auswählen, scannen, wiederherstellen. Recoverit für macOS und Windows. ANC. Drei Buchstaben, bei denen ich immer ein feuchtes Hülschen bekomme, wenn ich das bei Kopfhörern lese. Denn Active Noise Cancelling ist ein ganz, ganz interessantes, hilfreiches und tolles Feature, finde ich, was Kopfhörer hier eingebaut haben können. Und deswegen freue ich mich immer besonders, wenn ich solche testen kann. Und darum soll es heute auch gehen, Leute. Und zwar um die Cowin SE7 Over-Ear Active Noise Cancelling Kopfhörer, natürlich kabellos. Aber bevor ich richtig loslege, zeige ich euch noch mal, dass ich hier eine lange Geschichte quasi schon habe mit Cowin. Denn ich habe hier die Cowin E7 Kopfhörer. Das waren, glaube ich, die aller allerersten, die ich jemals hier im Kanal getestet habe. Und die habe ich seitdem immer in Gebrauch gehabt. Also das waren meine Over-Ear Kopfhörer, die ich da immer benutzt habe. Ohne Active Noise Cancelling oder solche Spielereien. Nein, ganz normale. Aber ich war mit denen immer wirklich recht zufrieden. Auch wenn sie ein bisschen dick und klobig waren, habe ich sie irgendwie doch sehr gerne gehabt. Aber, naja, Cowin E7, ihr seid jetzt Geschichte. Denn ich habe mir jetzt die SE7 geholt. Und ihr seht schon, verpackungsmäßig sehr schön gehalten. Schlicht schwarze Verpackung. Silberner Aufdruck an den Seiten. Da haben wir gar nichts stehen. Auch hinten stehen keine großartigen Specs oder sonstiges drauf. Von daher direkt mal reinschauen in die Packung. Und dort finden wir einmal ein schönes Transport Case, wo auch die Kopfhörer drin sind. Und noch ein bisschen Papiermaterial. Einmal, ich habe es mir echt mal durchgelesen, ist hier so ein kleiner Brief vom Cowin, Gründer von Bill Cowin, der vor 15 Jahren die Firma gegründet hat und hier ein bisschen erzählt, wie das so war. Finde ich sehr schön. Und wir haben eine VIP-Card. Zuerst dachte ich, na, VIP, was ist denn das wieder? Irgendein Marketing-Furz. Aber nein, ihr könnt euch hier anmelden und habt dann eine Garantieverlängerung auf 18 Monate. Coole Sache. Werde ich auf jeden Fall machen. Und ansonsten ist die Packung erst mal leer. Aber wir haben ja noch hier unsere Transporttasche. Schön mit Cowin-Aufdruck, Reißverschluss aufmachen und, ha, keine Kopfhörer drin. Ne, die habe ich natürlich hier, denn die habe ich schon ausführlich getestet. Aber dazu kommen wir dann gleich. Erst noch mal ganz kurz zum Lieferumfang. Wir haben ein 3,5 mm Klinke auf Klinkekabel dabei, damit man auch mal kabelgebunden hören kann. Wenn man das möchte, zum Beispiel hier bei der Playstation, super praktisch. Dann kann man es auch hier in den Controller einstecken und kann dann mit den Kopfhörern hier spielen. Habe ich auch sehr viel gemacht in letzter Zeit. Dann haben wir hier noch den Adapter. Nicht alles ist 3,5 mm Klinke. Es gibt ja auch noch die dicken Kollegen. Da könnt ihr das hier also noch mit aufstecken. Funktioniert auch. Und hier haben wir noch das kleine Täschchen, wo noch der Rest drinnen ist. Und was haben wir denn da schönes? Ja, ein Reiseadapter. Wer öfters mal fliegt, dem ist das hier schon aufgefallen. Die Flugzeuge haben immer diese tollen zweisteckigen Anschlüsse dann für ihr Bordnetz. Und wenn man keins dabei hat, was jetzt direkt reinpasst, kann man sich für teuer Geld schlechte Kopfhörer im Flugzeug kaufen. Also hiermit habt ihr direkt das passende für den Flieger dabei. Und hier noch ein ganz normales USB auf Micro USB Ladekabel. So, jetzt mal zur Seite mit dem ganzen Kram. Und wir schnappen uns die Kopfhörer, denn darum soll es ja heute auch gehen. Also over ihr Kopfhörer. Und ihr seht, zusammenfaltbar, damit sie auch schön ein bisschen kompakt in diese kleine Tasche reinpassen oder auch so in den Rucksack geschmissen werden können und nicht so viel Platz wegnehmen. Ganz wunderbar. Wir reden über ein paar Punkte. Wir reden einmal über das allgemeine Empfinden. Wie ist die Qualität? Wie ist die Akkulaufzeit? Wie ist der Sound? Natürlich, wie ist das Active Noise Cancelling? Das ganz Interessante hier dran. Und Preis-Leistung? Passt das? Oder gibt es da noch irgendwie was zu meckern? Also legen wir los und zwar mit dem ersten Eindruck. Ich habe die ausgepackt, habe sie rausgenommen aus der Packung und dachte, schön fühlen sich gut an. Ein schöner erster Eindruck. Natürlich Kunststoff ist das alles hier weitestgehend und ein paar Metall-Einlässe hier an den Seiten. Aber insgesamt fand ich, war das ein schöner erster Eindruck. Die sind auch nicht zu schwer, aber auch nicht zu leicht. Also die sind so schwer, dass sie sich irgendwie noch hochwertig anfühlen. Das Aufklappen geht wunderbar, ganz leicht und dann sind die auch schon soweit betriebsbereit. Man kann natürlich hier ganz normal alles einstellen, auf die Kopfgröße ein bisschen anpassen. Das wirkt auch alles wirklich echt solide und da kann man sehr, sehr oft rummachen. Das leiert nicht so schnell aus. Also hier alles qualitätsmäßig sehr, sehr gut. Natürlich ein bisschen gepolstert. Hier oben noch der Bügel, der auf dem Kopf dann aufliegt und super weich gepolstert. Wie zeige ich das denn? So, sind hier die einzelnen Kopfhörer. Hier dieser dieser Schaumstoff, der hier rum ist. Boah, der ist super weich und die tragen sich echt mega komfortabel. Also ich habe bisher noch keine Over-Ears gehabt, die noch komfortabler und weicher waren jetzt und die sitzen einfach klasse. Und meine Ohren passen hier auch komplett rein und ich habe nicht so kleine Ohren. Von daher echt gute Sache. Sehr komfortabel. Natürlich lässt sich hier noch so ein bisschen einstellen. Vom Tragekomfort kriegen die von mir eine Note, würde ich sagen, 1 minus verpasst. Natürlich wird es auch mal hier nach einer Weile, nach ein, zwei Stunden mal ein bisschen warm unter den Öhrchen. Dann muss man mal lupfen, damit wieder Luft dazwischen kommt. Ist jetzt im Winter gar kein Problem. Im Sommer, naja bei 30 Grad, macht man doch lieber dann irgendwie die Apple AirPods rein oder irgendwelche anderen in ihr Kopfhörer. Dann wird es jetzt ziemlich warm. Aber das ist bei allen Over-Ears so. Nicht nur bei denen hier. Aber ich fand die hier vom Tragekomfort, wie gesagt, wirklich total angenehm. Ich habe die zwei, drei Stunden am Stück mal angehabt und habe kein Druckgefühl gehabt. Alles war wunderbar. Also die trage ich gerne. Wo ich manchmal immer noch etwas suchen muss, ist wo ist denn hier rechts und wo ist denn links? Besonders wenn es etwas dunkel ist. Denn das war hier nur so oder ist hier nur so ganz klein, dezent innen reingedruckt hier auf den bügeln. Einmal L und einmal hier kann man sehen das R. Also da habe ich immer ein bisschen suchen müssen. Gerade am Anfang, bevor ich dann wusste, welche Seite ist denn jetzt wo? Wie ist denn vorn? Wie ist denn hinten? Mittlerweile kein Problem. Aber am Anfang muss man ein bisschen suchen eventuell. Die Bedienteile, die Bedienelemente haben wir auf der rechten Seite am rechten Kopfhörer. Also wenn man sich das merkt, hier ist rechts, dann weiß man auch, wie rum die aufgesetzt werden. Und all zu viel haben wir gar nicht dran. Wir haben einmal hier den Micro-USB-Anschluss zum Laden, 3,5 Millimeter Klinkenanschluss. Klar, zum Verbinden mit den Kabeln, die mitgeliefert werden. Dann einmal Play, Pause und Power und Pairing-Button in der Mitte und lauter, leiser oder vor- und zurückspringen von Titeln. Dann haben wir hier eine kleine Status-LED und den Schalter für das Active Noise Cancelling. Und wenn man das einschaltet, leuchtet dann eben diese LED hier grün. Und das Tolle ist, man kann die Kopfhörer auch, wenn die ausgeschaltet sind, einfach mal aufsetzen, wenn man ein bisschen mehr Ruhe haben möchte. Und schaltet einfach nur das Active Noise Cancelling ein, Kopfhörer drauf und es ist wirklich ruhiger danach. Und das ganz ohne, dass ihr die kompletten Kopfhörer irgendwie hier mit dem Smartphone zuerst verbinden müsst. Das könnt ihr also immer nach Belieben ein- und ausschalten. Ganz hier auf der anderen Seite habe ich noch vergessen. Dieses kleine Löchlein, das ist das Mikrofon, denn ihr könnt natürlich, wenn ihr es verbunden habt hier mit dem Telefon, könnt ihr natürlich hiermit auch freisprechen, also telefonieren, Telefonate annehmen, führen, auflegen, alles gar kein Problem. Was wir auch noch auf der Rückseite sehen, einmal auf der rechten wie auch hier auf der linken Seite, das sind die Mikrofone für das Active Noise Cancelling, die eben die Umgebungsgeräusche einfangen und euch dann den Gegenschall hier in die Ohrmuschel reinschicken, damit der Schall, der von außen eigentlich reinkommen würde, direkt eliminiert wird. Kann man sich ja vorstellen, ich habe es glaube ich schon mal erklärt, ihr bekommt solche Schallwellen von außen, Auto fährt vorbei, die Triebwerke im Flugzeug und die Schallwellen kommen dann zu euren Ohren und die Mikrofone zeichnen schon diese Schallwellen auf und erzeugen einen Gegenschall. Dann gehen also zwei Wellen, zwei Schallwellen aufeinander zu und löschen sich aus im Optimalfall. Und genauso funktioniert das, werft mal zwei Steine, gleichzeitig entfernt irgendwo in den See, der ganz ruhig ist. Ihr seht, die Wellen kommen aufeinander zu, treffen aufeinander und dann wird es wesentlich ruhiger, weil die sich eben gegenseitig wieder etwas zerstreuen und genauso funktioniert das Active Noise Cancelling. Aber bevor ich darüber rede, noch ein Wort zum Ton oder generell mal zum Pairing. Wir haben hier eingebaut Bluetooth 5.0, wunderbar, sehr aktueller Standard und beim Einschalten einfach hier unten Power Button gedrückt halten. Dann bekommt man ein akustisches Feedback und wenn man schon mal verbunden war, geht das Verbinden dann direkt automatisch. Da habt ihr es gehört, wie schnell das gegangen ist. Power on, Pairing, Connected und fertig ist die Schose. Und natürlich bekommt man hier auch eine Akkustandsanzeige dann. Bei Bluetooth 5.0 ist das natürlich bei iOS zumindest standardmäßig dann mit dabei und das Verbinden hat wunderbar funktioniert. Und ihr seht, wenn wir gerade über den Akkustand reden, der Akku hier drin, der hält bis zu 30 Stunden. Mega! Das ist wirklich ein richtig toller Klasse Wert. Bis zu 30 Stunden und das sogar mit eingeschaltetem Active Noise Cancelling. Das ist ein Klasse Wert und ich habe wirklich Mühe, die Dinger hier mal leer zu bekommen. Wenn man die am Tag mal ein oder zwei Stunden auf hat, könnt ihr euch ausrechnen. Das dauert eine ganze Weile. Ist ja gut so. Wunderbare Sache. 30 Stunden Abspielzeit. Dafür gibt es schon mal einen fetten Daumen hoch von mir. Und den gibt es auch für die Tonqualität, denn damit war ich ausgesprochen zufrieden. Die haben richtig klasse Ton, die Kopfhörer. Für mich der beste Ton, den ich bisher aus On-Ear und Over-Ear Kopfhörern je gehört habe oder ich sag mal zumindest hier getestet habe. Ich habe auch schon mal, ich kann natürlich ein bisschen vergleichen. Ich hatte schon andere Noise Cancelling Kopfhörer hier im Test. Ich habe mir auch schon mal die teuren Boses aufgesetzt und habe da mal gehört. Bei der Oberklasse, wie ist denn da das Noise Cancelling? Ist das viel besser als hier bei den, ich sag mal, Einstiegsgeräten? Diese hier kosten ja 99, also sagen wir mal 100 Euro. Und bei den Boses und Sennheisers, ne, da könnt ihr natürlich nicht nur 100, sondern 200, 300, 400 Euro ausgeben. Dann wollte ich mal wissen, wie viel besser ist das denn? Und habe deswegen mal verglichen. Und also ich bin jetzt nicht der super audiophile Typ, aber so viel besser fand ich die gar nicht. Also bestimmt jemand, der da jede Kleinigkeit raushört, der kann da noch mal eine Aussage machen. Das ist hier in den Höhen besser. Die Bässe sind klarer. Aber ich sag mal für den Otto Normalhörer, mein Gott, also ich fand einfach den Ton, den Sound, der hier rauskam, richtig, richtig gut. Und auch wenn es Quatsch ist, bekommt ihr jetzt noch eine kleine Hörprobe von mir. Ich hoffe, es war gut zu hören. Die Liefernden richtig lauten und starken Sound-Up. Ich finde der Baster hier rauskommt, der ist richtig gut. Also ich höre ja viel Rockmusik und ich will auch Bass haben. Ich will die Musik ein bisschen spüren und nicht nur so ein dünnes Gesäusele im Ohr haben. Da war ich total zufrieden. Also Musik hören hiermit ist richtig klasse. Die werden super laut, also viel lauter wieder, wie ich das eigentlich brauche. Von daher alles klar damit. Auch Podcasts hören, was viel leiseres. Stimmen, Unterhaltungen. Wunderbar. Kann man hiermit wunderbar machen. Also tonmäßig finde ich, die haben genug Bass, die haben schön saubere Höhen, sind recht ausgeglichen im Klangverhältnis. Also da ist mir weder die eine noch die andere Richtung, also Bass oder Höhen oder sonst irgendwas, negativ aufgefallen. Würde ich sagen, passt so wunderbar. Sehr, sehr schöner, guter Ton. Es macht Spaß, hiermit sich verschiedene Sachen anzuhören oder auch Filmen zu schauen, Serien zu schauen. Alles wunderbar. Die Telefonfunktion, nur ganz kurz erwähnt, funktioniert. Also nicht besser, nicht schlechter, wie mit allen anderen Geräten, wo ich das schon mal hatte, wo ihr dann auch mit telefonieren könnt. Funktioniert, ist in Ordnung, kann man machen. Aber jetzt kommen wir mal zu dem eigentlichen Feature, warum man sich ja hier sowas anschafft und zwar das Active Noise Cancelling. Da war ich sehr gespannt. Höre ich wirklich da einen großen Unterschied, wenn ich Geräusche habe? Wie viel wird rausgefiltert? Das ist ja sehr, sehr unterschiedlich von Kopfhörer zu Kopfhörer, ob da viel oder ob da eher wenig rausgefiltert wird. Und wenn ich mal eine Prozentangabe vergeben sollte, würde ich mal so sagen, dass hier doch schon das, was an Geräuschen durchkommt, etwa um 60 Prozent reduziert wird. Ich habe es unter verschiedenen Bedingungen ausprobiert, zu Hause auf der Couch gelegen, einfach meine Freundin hat sich irgendwas im Fernsehen angeschaut, ich Kopfhörer auf, Active Noise Cancelling an und zwar wirklich immer schon direkt ein gutes Stück ruhiger. Man hört natürlich immer noch Geräusche durch, aber es ist viel, viel weniger. Das merkt man aber manchmal erst, wenn man es wieder ausschaltet und dann mal wieder einschaltet. Dann kriegt man erst so den kleinen Oh, da ist ja doch viel, viel mehr in der Umgebung zu hören und dann fällt es richtig auf. Gestern habe ich einen Spaziergang gemacht, ich bin durch die Stadt gelaufen, einer sehr stark befahrenen Hauptstraße entlang, ständig Autos an mir vorbeigerauscht und ich habe dann nur das Active Noise Cancelling angemacht, ohne Musik zu hören oder sonstiges und habe einfach mal hingehört, wenn ein Auto kam, ausgeschaltet und wenn es dann da war, eingeschaltet, um mal zu sehen, wie viel wird ausgeblendet und es werden besonders gut ausgeblendet, die tiefen Töne. Also wenn ein Auto kommt und das brummelt da so ein bisschen vorbei oder ihr habt im Hintergrund irgendwie eine Bahn, die vorbeifährt und die einen relativ dumpfen Ton dann macht, das wird total ausgeblendet. Die helleren Töne, die kommen hier verstärkt doch eher noch durch. Also es war schon, war schon eine coole Sache. Also es war wesentlich ruhiger. Wenn ich hier Active Noise Cancelling ausgemacht habe, da war die Straße richtig laut. Wenn ich es angemacht habe, habe ich die Straße immer noch gehört, was eigentlich ja auch positiv ist. Man will ja nicht in der Stadt rumlaufen und gar nichts mehr mitbekommen. Ich persönlich fühle mich dann auch ein bisschen unsicher, weil ich da nicht höre, wenn irgendwie ein Auto von hinten kommt, wenn ich über die Straße gehe oder so. Also da kommt immer noch genug durch, dass ich mich zumindest sicher gefühlt habe. Aber es wurde sehr, sehr viel reduziert von diesen störenden Frequenzen, von diesen, von diesen sehr, sehr lauten Frequenzen. Also kurz zusammengefasst. Ich bin mit dem Active Noise Cancelling hier zufrieden. Es funktioniert. Es reduziert wirklich die Geräusche. Es eliminiert sie natürlich nicht komplett. Ich hätte wirklich mal gerne Kopfhörer, die ich aufsetze, schalte es an und dann ist Ruhe. Da höre ich nichts mehr von rundherum. Aber hiermit, die liefern gut ab. Also ich konnte auch da mit irgendwelchen Sonys oder Sennheisers, jetzt im kurzen Vergleich, nur keine wirklich riesigen Unterschiede feststellen. Vom Active Noise Cancelling gibt es bei mir auch einen Daumen nach oben. Und besonders schön war das auch. Ich habe dann später noch Podcast gehört und da ist ja auch nur Stimmen. Wunderbar, wunderbar. Man muss gar nicht so laut machen, gar nicht so laut alles einstellen, weil eben viel ausgefiltert wird aus der Umgebung. Ließe ich wunderbar hören. Ganz hervorragend. Also mit dem Active Noise Cancelling und mit dem Sound bin ich hier echt zufrieden für die 99 Euro. Tipptopp. Da gibt es nichts zu meckern. So, jetzt habe ich hier sehr, sehr viel Lob verteilt, aber es gibt natürlich auch ein paar Kritikpunkte, ein paar Sachen, die noch verbessert werden können. Und die gibt es jetzt auf die Ohren. Zum einen ist mir aufgefallen, wenn ich mit den Kopfhörern hier liege, ich liege auf der Couch rum, Kopf auf dem Kissen oder so und die Kopfhörer, die kommen irgendwo dann an oder liegen auch ein bisschen auf. Ich hoffe, man konnte es hören. Die knarzen dann schon mal ein wenig. Also wenn man die ganz normal auf dem Kopf hat, knarzt da überhaupt gar nichts. Aber wenn ihr die auf dem Kopf habt und die liegt auf dem Kissen und da ist so ein bisschen Druck oder sowas, dann kann das schon mal so ein wenig knarzen. Hat mich an der einen oder anderen Stelle mal so ein klein bisschen gestört. Also wirklich kein Dealbreaker oder sowas, aber ist mir eben etwas negativ aufgefallen. Das zweite, was mir aufgefallen ist, bei der Bluetooth Verbindung und zwar hauptsächlich, wenn ich hier irgendwie YouTube mir angeschaut habe, habe ich so ein kleines Säuselgeräusch im Hintergrund gehabt. Also so, ich kann es nicht beschreiben, so wie so ein ganz leichtes elektrisches Summen, was ich gehört habe. Wenn hier was abgespielt wurde, dann habe ich das nicht mehr gehört. Aber wenn ich jetzt irgendwie mal von einem Video zum anderen gewechselt bin und da war kurz mal ruhig, dann habe ich dieses Säuselgeräusch gehört. Hatte ich auch schon bei anderen Kopfhörern, aber leider eben hier auch. Ich hatte es auch bei Netflix und bei Amazon Prime Video, habe es da ausprobiert, habe ich bei all den Sachen gehabt. Komischerweise aber nicht immer. Manchmal war das weg und manchmal war es wieder da. Ich konnte es mir nicht genau erklären, aber auf jeden Fall ist das noch erwähnenswert. Das ist noch ein kleiner Kritikpunkt, den ich habe. Ansonsten finde ich die Dinger hier wirklich klasse. Die bekommen von mir zwei fette Daumen nach oben für 99 Euro. Wer sich da Active Noise Cancelling mal auf die Ohren packen will, ohne gleiches Portemonnaie noch mal ein bisschen weiter aufzumachen für die großen bekannten Namen Bose, Sennheiser und so weiter. Was es da noch gibt, das sind die beiden großen Platzhirsche. Da geht es aber eher so ab 200, 250 Euro los. Nicht jeder will so viel Geld investieren. Nicht jeder hat so viel. Und für einen Hunderter bekommt ihr hier wirklich auch gute Kopfhörer mit toller Soundqualität, gutem Active Noise Cancelling und einem sehr, sehr komfortablen Tragegefühl. So Leute, ich glaube, ich bin durch. Habe ich noch was vergessen? Ich glaube nicht. Wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt einfach hier unten was in die Videokommentare. Ich werde mich dann bemühen, die zu beantworten. Und wer sich jetzt hier mal selbst von überzeugen will, ob die echt so gut sind, wie ich hier die ganze Zeit erzählt habe. Naja, wie immer. Der Link ist hier unten in meiner Videobeschreibung. Dort könnt ihr euch die Teile direkt mal zulegen und selbst mal reinhören. Ich sage einfach schon mal, ihr werdet wahrscheinlich nicht enttäuscht werden. Ich werde auf jeden Fall behalten. Bin sehr zufrieden damit und verabschiede mich von diesem Video. Ich glaube, das ist viel, viel zu lang geworden. Aber ja, wer durchgehalten hat, vielen Dank und wir sehen uns beim nächsten Mal hier bei mir AppleCat. Macht's gut. Und das bei über 550 Dateiformaten wie Bilder, Dokumente, Multimedia, E-Mails, Archive und vieles mehr. Auswählen, scannen, wiederherstellen. Recoverit für macOS und Windows.